Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu TeraTech Space Program. Ja, in der heutigen Folge werden wir wieder eine weitere Rakete bauen, nur ein bisschen größer als die letzten. Und ja, dafür sorgt jetzt erst einmal ein 5er Standardblock. Ähm, ge... Ähm... So. Also, ich bräuchte eine 4er Breite, dafür nehmen wir auch... Naja, 4 Cockpits werden wir nicht brauchen, wobei doch Balance und so. Sicher ist bekanntlich sicher. Nun denn. Ähm, das waren 5er Blöcke, oder? Damit sollte es schon mal wie eine 1 stehen. Nein, 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 nein. Kannst du mal vernünftig stehen? Dankeschön. Ob wir den Launch-Sturm brauchen? Gegenwärtig nicht. Ähm... Ja, doch, wir sind ziemlich zentral. Das passt. Weil ich hätte gerne diesmal einen großen... GSO-Booster. Ach, weißt du was? Was soll denn der Guides? Wir nehmen einfach mal... ...zwei davon. Oder doch vier. Für einen stabilen Stand. Eigentlich könnte man auch mehr nehmen, aber hey. So, als Sprit... ...nehmen wir hier unsere GSOs. So, und dann zum Zubehör. Wie immer muss da natürlich ein Höhenmesser drauf. Und dann bauen wir da drum... ...so was ähnliches wie eine Nase. Da bieten sich doch am besten... ...Hog-Eye-Blöcke an. Hm. Ich hatte es schon fast andersrum. Eieieiei. So, so wird ein Schuh draus. Dass man das Teil 100 Mal drehen muss, ne? Ist ja auch frech. Oh, wir haben noch größere Teile. Oder sind das genau die gleichen? Nee, die sind größer. Und ja, es wird ein bisschen dunkel. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen Licht an unseren Lounge-Bad anbringen. Damit sich unsere Motten ein bisschen heimisch fühlen. Also, das lassen wir mal direkt mal zu Zubehör. Na gut, es ist noch nicht dunkel genug. Oder graut gerade im Morgen. Ich bin mir nicht so sicher. Natürlich sind wir hier noch nicht fertig. Na gut, das kann jetzt auch nicht mehr so lange dauern. So, jetzt leuchten unsere Lampen und wir sind ein bisschen beleuchtet. Machen wir damit dicht? Nein, in den Shop wollte ich nicht gucken. Also, viele Blöcke von Hawkeye haben wir ja leider auch nicht. Geh mal ein paar von den Vierern her. Ich hoffe, das reicht. Husten müsste ich mal im Moment. Und ja, die letzte Folge war doch ein bisschen arg lang. Was für mein aktuelles Internet halt gar nicht möglich ist. Ist irgendwie zügig hochzuladen. Dementsprechend muss ich mich jetzt hier kurz halten. Dementsprechend bleibt es jetzt bei dieser Rakete hier. Na komm. So. Moment, die Kanten könnte ich doch mit dem Zack hier dicht machen, oder? Ja, wunderbar. Da wissen wir jetzt auch endlich, wofür die Dinger gut sind. Ich hätte mir fast eine richtige Spitze machen können. Nein. Lass mich raten, das Teil kann gar nicht stehen, oder? Hm. Also spitze wird es gerade nicht. Das ist schade. Wo habe ich denn meine Rundblöcke? Die hier. Kommt das noch hier hin? Und du bist falsch. Du bist ebenfalls falsch. Jetzt haben wir schon Licht. Und sind trotzdem schlecht. So ist gut. Hey, ei, 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 ei. Dass sie sich halt immer selber irgendwie hindrehen müssen. So. Ich glaube, diesmal werden wir sogar mit Haifinnen arbeiten. Welcher Korb darf es denn sein? Bleiben wir bei Hawkeye. Äh, sehr schön. Mit etwas Glück kann das Ding sogar fliegen. Ich meine, ja. Manövrieren und so. Aber ich glaube, sie ja weniger. Hätten wir gerne noch ein paar Design-Elemente, oder kommen wir dazu später? Das könnte man da noch verbauen. Ja, die Teile bieten sich an. Dann muss ich natürlich noch ein paar nachkaufen. Als hätten wir es direkt damit verpacken sollen. sehr schön. Sehr schön. So, wie nennen wir das Teil? Und wollen wir bis morgen früh warten? Du verziehst dich mal. Nicht, dass du unseren Tat hier gefährdest. Hm. Ach, den Schnappschuss können wir auch bei der Landung erstellen. Na ja, gut. Wird halt mal ein Nachtflug. Ladies and Gentlemen. Rakete, der Marke Hawkeye, ist zum Launch bereit. Ready for takeoff. Three, two, one, Launch. Na gut, wir standen natürlich auch unter dem Meeresspiegel. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Aber richtig hoch werden wir damit auch nicht kommen. Dafür ist die Rakete ein bisschen zu schwer. Oh, wir haben ein bisschen Neigung. 2.280, würde ich mal sagen. Oh, oh. Wir stürzen ab. Wenn ich jetzt Gas geben würde, dann würden wir irgendwo ganz woanders landen, als ich ja nicht möchte. Dementsprechend belassen wir das nochmal dabei. Und da haben wir auch eine Heifinde verloren. Die bringe ich natürlich mal wieder an. Ja, guten Morgen. Schwer zu sagen, wo hier vorne und wo hinten ist. Ähm. So ist das schon mal besser. Ich glaube, die Variante werden wir dann in der nächsten Folge weiter ausbauen. Mir fehlt ein bisschen weiter in die Schuhe zu helfen. Speicheln wir das unter dem Namen Äh. Hawkeye. Rakete. Am Minus geht nicht. Mk1. V1. Für meine Schnuffel. Den Ausbau erledigen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ihr schaltet bei unserem Space-Programm bald wieder zahlreich ein. Tschö. Mide. Ein herzliches Dankeschön an Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ihr seid spitze.